Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. So, hallo Leute, heute machen wir eine Vorstellung eines neuen Modells von Pico, und zwar die Altbau Schnellzug E-Log, die E18 oder die Baureihe 118, die ja in den 30er Jahren als E18 konstruiert worden ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie von der Deutschen Bundesbahn übernommen. Die verbliebenen Maschinen und wurden aus Baureihe 118 weitergeführt. Mit dem Aufkommen der Baureihe E10 oder Baureihe 110 wurden dann die 118er und 119er in untergeordnete Dienste abgeschoben, und zwar für den Eilzugs- und Personenzugsdienst. Wir stellen euch das Modell jetzt mit den wichtigsten Funktionen vor und im Fahrbetrieb mit einem Eilzug. Like und Abo nicht vergessen und viel Spaß mit dem Video. Ciao! Und zwar. Und zwar. Spannende Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.